Willkommen zurück auf meinem Kanal. Torosso-Ausfälle sind geklärt. Beim Russland Grand Prix sind Brenton Hartley und Pierre Gasly früh ausgeschieden. Beide drehten sich in der ersten Runde weg. Zuerst war unklar, was die Ursache ist, doch jetzt ist es geklärt. Die Ingenieure erklärten Teamchef Franz Toost, dass sich im Bremssattel ein Kolben verklemmte und dadurch erhitzte sich die Bremsflüssigkeit, wodurch das Bremspedal ausfiel. Nach dem Qualifying haben sie nichts an den Boliden verändert, da sie unter Parkvermeer-Bedingungen standen. Strategiegruppe plant neues Qualifikationsformat. Nein, eins vorweg. Es wird nicht wieder so grausam wie 2016 mit der Reise nach Jerusalem, das von allen gehasst wurde. Die Strategiegruppe überlegt nämlich, ob man einen zusätzlichen Abschnitt wie damals in der DTM einbauen kann, also das sogenannte Q4. Jeder Fahrer hat dann eine fliegende Runde. Das hat folgenden Grund. Eine durchgemischte Startaufstellung wäre möglich und auch besser, als wenn jemand seine verpatzte erste Runde durch eine weitere verbessern kann. Der Sinn ist, eine abwechslungsreichere Startaufstellung und mehr Action zu schaffen. Gasly von Carbontal getroffen. Trotz des Sicherheitsbügels Halo traf ein Carbonteil den Franzosen. Der vorausfahrende Riccardo verlor einen Teil seines Boliden, welches unter dem Halo herflog und Gasly genau am Visier traf. Glücklicherweise geschah es nach Kurve 2 in einem langsamen Abschnitt und nicht auf einer langen Geraden bei hoher Geschwindigkeit. Nachdem es auf dem Visier aufgeschlagen und ins Cockpit gefallen ist, entsorgte der Terrorosopilot das Teil in Kurve 4. Und jetzt hätte ich gerne eure Meinungen zu den einzelnen Themen in den Kommentaren. Das war's mit den Formel 1 News. Sollte es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.